Herzlich Willkommen zu meinem allerersten Fortnite-Turnier. Wahrscheinlich werde ich ihn völlig blamieren, werden wir gleich sehen. Ok, da gehen andere Leute hin. Ich gehe erstmal nach da drüben. Ich habe keine Ahnung was mich hier erwartet und wahrscheinlich werde ich ziemlich schlecht sein, aber werden wir ja sehen. Ähm... Ok, warte. Echt mal alles aufnehmen. Ich bin ein bisschen nervös ehrlich gesagt. Und äh... Ja. Vielleicht werde ich ziemlich schnell sterben. Ich gehe mal davon aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung was alles für was ist. Ich ziehe einfach alles in mich rein. Und schon mal das Overlay überfolgt mich ziemlich. Weil das alles ziemlich voll gepumpt ist. Wieso sehe ich da Leute? Ich gehe mal kurz aufs Dach hoch. Was das denn möglich ist. Äh... Hä? Also wir sind hier in einem Team. Deshalb sehe ich Leute. Ich dachte man wäre hier alleine unterwegs. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Schnellig zu den anderen rüber laufen. Oder ich werde gleich sterben. Knotenort entdeckt. Knotenort entdeckt. Was machen die eigentlich? Was machen die? Kann ich so an, wieder hier, okay. So, da ist sie unter mir. Okay. Ähm. So, die kann ich nicht tauschen. Drei, sechs sind schon, sind schon dead. Auf was warten wir jetzt eigentlich hier genau? Ich habe eigentlich schon ziemlich gute Waffen. So denke ich zumindest. Shadow-Auftrag-Kopfgeld. Kaputte Verkaufsautomat. So denke ich. Okay, Heilung habe ich zwar. Kann man das hier annehmen? Komm, why not? Eliminieren Half-Metal. Half-Metal, Half-Metal. Wird der mir jetzt auf der Karte angezeigt? In diese Richtung. Ich habe halt keinen Scharfschützengewehr, das ist ein bisschen doof. Das hat finde ich ultra überlastend. Okay, der kommt näher. Level 3, Level 4. Zumindest spielt man hier mit Leuten, die ungefähr in den gleichen Regionen sind. Ich sehe nichts. Das kann man hier machen. Team Überlebungs-Neustart oder irgendwie sowas. Es ist zu ruhig. Das gefällt mir gar nicht. Das ist zu ruhig. Au. Es schreckt mich doch nicht so. Stehen bleiben sollte man ja glaube ich auch nie in diesen Games eigentlich. wenn man sonst vielleicht abgesnaped werden kann. Okay, wir sind noch in der Zone drin, das ist gut. Das ist glaube ich nichts da drin. Naja gut, Stoßflinten-Muni brauche ich nicht unbedingt. Ein Rift. Das ist noch eine Kiste. Oh, ich möchte Kiste. Okay, der schießt drauf. Okay, der schießt auf jemanden. Okay, der schießt auf jemanden. und der schießt aufuert. Nice! Ich habe leider die Dings ausgemacht, also den Sprachchat, weil ich dachte, dass wir hier nicht in einem Team sind. Aber möglicherweise war das ein Fehler. Vielleicht drehen die die ganze Zeit und würden was Gutes sagen, was wichtig ist. Scheiß auf das Kopfgeld. Okay, rein da. Rein da in die Sache. Hoffentlich ohne, dass ich sterbe. Darunter fahren ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, die Zone kommt. Ich glaube, ich soll dann langsam weiter. Oder nicht? Ich finde, das ist der Zug. Was kann man hier machen? Spawnt Peri, sein Fahrzeug in der Näheanlage, innerhalb des ZDV-Metz-Drück. Ja, nachladen wäre schlau. Danke für den Hinweis. Kann man den Wegpunkt auch wieder entfernen, irgendwie? Irgendwo da drüben hat was aufgeblinkt auf dem Radar oben. Überlebender Drei. Zehn Stück sind nur noch am Leben, oder was? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Okay, wir sollten laufen. Wer bin ich eigentlich? Ich bin weiß. Okay. Ich bin schon ein bisschen angespannt, ehrlich gesagt. Noch neun Stück am Leben. Oh shit. Das war's für heute. Oh shit, ich bin gut. Hätte ich nicht gedacht. Alter Schwede. Alter Schwede, ich bin gut. Alter. 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 Ich muss bloß aufpassen, dass von hinten nirgends jemand kommt. Oh shit! Yes! Boom! Boom! Ich bin der Sieg. Er ist der Sieg. Alter, wie nice! Okay, ich stehe mal. Es fühlt sich gut an, wenn man gewinnt. Nice! Holy shit! Und irgendwie, wie viele Kills? Ein paar Kills. Alter, what the fuck? Was passiert da bitte? Nice! Okay, ich würde sagen, das war ein Erfolg. Alter. Sehr geil. Glückwunsch, du hast einen epischen Sieg errungen. Levelaufstieg, was Level 2 erreicht. Was? Sie freuen uns über dein Feedback. Ja, ungefähr gleich. Schießfertigkeiten dagegen in deinem letzten Match im Vergleich. Mit deinem Können. Ungewehr gleich. Nice! Alter. Sehr cool. Aber irgendwie hat man ja gar nicht gesehen, wie viele Punkte wir gemacht haben. Oder bin ich da irgendwie doof? Karriere vielleicht? Statistik? Nee. Wie gesagt, ich bin mit diesem Menü und diesem Hut unglaublich überfordert. Mitkampf. Aufträge. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir einen Sieg gemacht. Sehr nice. Beim ersten Turnier. Mega geil. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von Fortnite. Ich glaube, es werden noch ein paar kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter, wie nice. Oh shit! Yes! Boom!